Jo, hi Leute, dann geht's auch gleich weiter mit dem nächsten Let's Play. Und zwar geht es jetzt runter auf den Planeten Kashyyyk. Und zwar heißt dieser Teil die Spur im Sand. Ähm, ja. Gucken wir gleich erstmal, was wir machen müssen. Alles klar, Männer. Wir müssen den Brückenkopf halten, bis Verstärkung eintrifft. Kein Rückzug, keine Ausreden. Äh. Oh. Und diese Raketenmärken an denen. Und das ist ganz offen zu sehen. Oh. Und das sind auch die Raketenmärken. Also, die Raketenmärken. Oh, ich bin auf ihrer Seite. Ich bin auf ihrer Seite. Ich wende die Testadeo. Ich bin auf ihrer Seite. Ich zählt die Testadeo. Hey, was für ein Scheiß? Okay, ja, ja. Ich esse mich in die Scheiße. Okay, da ist die kritische Stelle, falls du mal nicht hier gewollt war. Dann müssen wir schneiden die kritische Stelle klein. Ja, jetzt wurden sie auch schon getötet. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht bemerkt, dass die da hinten schon... Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Das Ganze ist auch nicht zu viel. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. 18 Sekunden kommt der Chef! Das kommt wirklich! Ich muss nur diesen verdammten Raketen haben! Zurück zum Mufadamm! Wir müssen die Wookiee Basis verteidigen! Wookiee dann verteidigen ist schon schon so ein Arsch! Wookiee ist auch nicht vergangen denn da Ich bin zugegen, da kann ich noch nicht vorgehen Ich denke, wir können das jetzt gleich sagen. Ähm, ja, wir sind wirklich schon jetzt da. Wir wollen zwei vielleicht nicht. Ah! Ah! Okay, wir gehen hier hin, also was verteidigend. Ah! Hier ist lag ein wenig. Wir müssen die Ölraffinerie um jeden Preis schützen, sonst geht hier alles in die Luft! Okay, vier Minuten. Vier Minuten, das sollte wunderbar sein. Ja, okay, 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 okay. Ja. Ja. Fleckt. Besser dafür. Ähm, hier muss einfach mal die Zweipopulation hier umgehen. Dann nehmen wir hier. Sie haben den Uferdamm durchbrochen. Halten Sie sich fest. Ein Schuss, ein Pfeffer. Oh! Oh! Der Schlinger. Wir haben erst drei Minuten geschaffen, wenn das so weitergeht. Ja. 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 Ja, 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 ja. 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 So ohne die vergangenen Stanz, da werden wir ja schon links kaputt machen Also ich breite die Bühne, wo Leute hier durchbrannt sind Diese Leute gleich noch was Die wirklich speichern gerade auf die anderen Kraft gerade ab Ich habe das jetzt in diesem Fall sehr extrem geholen Was auch immer geholen Eigentlich haben wir hier Ich kann manchmal dringend schreien Eine Minute! Kommt schon Leute, kommt schon Verdammt! Ich bin zu spät ausgespielt Okay, neck, 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 ah Look up! Ähm, ja, ich hätte das Ganze wieder hervorragend Ich hätte die Chance schon gegeben Jetzt müssen wir wirklich die Angehörigen von den Patents Das wäre wirklich Ganz extrem anstrengend Weil, wir müssen ja auch noch Nein Wenn ich das jetzt verkacke, wegen diesen Ja Ja Haltet sie zurück Männer Jetzt rückt vor und jagt sie zum Teufel Stolz ich bin beizustehen den Wookies in der Stunde der Not Kannst du da spielen? Ja, ich kann Yoda spielen Leute, jetzt werdet ihr von der Macht zerstört Ja 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 Die sind ja so schnell. Die sind ja auch ausprobiert. Das war schon mal. Ich bin ja in kleine Kuhn. Oh! 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 Und schon, Leute, jetzt helft mir doch mal hier beim Einnehmen. Es geht doch dann viel schneller. Mein Gott. Hallo. Meister Yoda ist hier. Helft mir hier, übrigens. Ja. Kleiner Cut. Ich hab' mir kleines Versehen. Ähm. Ja. Ja, ich muss lehen. Oblönt, heute. Ich hab' mir kleines Versehen. Ich hab' mir nicht die Kategorie, ich hab' mir nicht mehr aufgelast. Oh. Ah. 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 Oh, was geht denn ... Oh, was geht ... Ah, drauf ... Oh, was geht ... Hat mich der Panzer grad fast überfahren ... ... kannst du das wollen ... Ja, das sieht er wohl Spruch aus. Sportlich aus, oder? Sportlich. Sportlich. Aha. Viel zu verständlich. Oh, mein Leben ist da einfach weggegangen. Oh. Oh. Oh, das ist auch schon eine Familie. Warum sagt denn das denn keiner? Leute. Hey, klontos, du wirst mich abschießen. Eine Familie. Oh. 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 Oh, hier. Komm. Ja, toll. Die Republik hat keine weitere Verstärkung mehr erübrigen. Oh. Mensch, Leute, wie denn jeder? Oh. So was kriege ich dann immer die Krise, wenn man dann als eine bestimmte Truppe einfach stirbt. Einfach stirbt. Einfach so. Dass es nicht besser geht. Oh. 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 So. Okay. Au. Er regnet mich. Der will noch nicht mehr, aber ... Na gut. Dass wer das Familiese nicht eriable hat. Ich komme am mit dem Weg hinzu. Weitere 어투� 많이. Oh, okay. Das war's für heute. Mensch, das Kind, das beruhigt eigentlich auch mal wieder. Ja, Leute, kommen sie dann schon. Gut tun. Ja. Ja. Ja, ich kann das Ende sein. Ja. Ja, okay. Ähm. So, ja. Ähm, dann würde ich sagen, war's das jetzt auch schon wieder mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Teil weiter. Ich weiß nicht, was kommt als nächstes? Mach Kashyyyk? Hm. Mustafar oder so? Ja, vom Film her muss es dann ja auch ungefähr so sein. Na gut, okay, dann bis zum nächsten Part und dann sehen wir, was als nächstes kommt. Ja. Ja. Ja.